Willst du zum Abendessen deinen Jason Burger? Ja! Okay. Was heißt Jason Burger? Fleisch, Ketchup, Käse. Keine Zwiebeln? Hm. Ich smoke mir hier gerade geile Rippchen. Die brauchen aber noch drei Stunden. Jason, soll ich dir auch Milchshake selbst machen? Ja! Okay. Mal sehen, ob ihr den Unterschied merkt. Ich bestelle jetzt bei McDonalds Burger und Milchshake und sage, ich habe es selber gemacht. Wenn ihr die Rippchen später sehen wollt, die kommen nicht mit in das Video rein. Macht das Plus weg für das Rippchen-Video. Doppelgees Burger ohne Sampf, Zwiebeln und ohne Gurken. Essen eure Kinder auch die Burger so? Milchshake-Erdbeer-Geschmack. So, und bestellt, Lieferung in 25 Minuten. Was hast du gesagt? Guck, ob sie fertig sind. Okay. Jason, ich denke, fünf Minuten noch. Ich habe ihn schon so oft veräppelt. Mal sehen, ob er wieder reinfällt. Die zocken gerade FIFA. So, jetzt packen wir das alles hier drauf. Jason, die Burger sind fertig. Aufsichtsweise darf auch mal im Bett gegessen werden, oder? Sie spielen hier gerade FIFA und Jason, wie schmeckt es? Was hast du gesagt? Nein, ich habe die selber gemacht. Jason, willst du zum Abendessen deinen Jason Burger?